Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mich erreichen innen wieder immer wieder... Schön... Okay. Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ab und an erreichen mich Nachrichten auf verschiedenen Netzwerken halt, warum keine High-End-Hauls oder High-End-Videos mehr von mir kommen oder nicht mehr regelmäßig, beziehungsweise die, die mich schon seit langem kennen, also die schon vor 8-9 Jahren zugeguckt haben, wissen, dass ich voll die High-End-Tante war und keine Sorge, ich bin immer noch die High-End-Tante gewesen, nur ich habe auch ziemlich viel Drogerie gekauft gehabt und ich dachte, dass die breite Masse sich eher für Drogerie interessiert, da es ein bisschen erschwinglicher ist und die natürlich auch qualitativ ziemlich aufgeholt haben. Wie denn auch sei, ich habe trotzdem ziemlich viel High-End immer gekauft und werde auch weiterhin ziemlich viel High-End kaufen, weil ich liebe es einfach, auch neue Sachen auszuprobieren, gerade im etwas teuren Preis-Segment. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Sachen hier rausgesucht, was ich so ein bisschen so für interessant fand. Ich habe teilweise auch diesen Look damit geschminkt und so könnt ihr halt mit euch ein besseres Bild darüber machen, wie die Produkte so sind. Und ja, ich will auch nicht so lange drum herumquatschen, wünsche euch gleich viel Spaß beim Zugucken und bitte euch auf jeden Fall bei mir... Ähm, nee, nicht bei mir. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte nur sagen, vergiss nicht zu abonnieren und lass mir bitte einen Daumen hoch da, weil darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen und dann würde ich auch wissen, dass ihr solche Videos dann doch öfter sehen möchtet. Ich fange auch am besten mit dem an, was ihr gerade auf meinen Augenlidern seht. Und zwar habe ich das gute Augen-Make-up hier mit der Frontcation-Palette geschminkt. Und jetzt, ihr hört richtig, die Desi & Katie Frontcation-Palette aus der Dose of Colors-Kollektion. Also verpackungstechnisch kann man da einfach nichts sagen, außer nur, wow, also das ist eine richtig geile Palette. Also als Deko schon mal eine Bombe auf meinem Schminktisch. Sieht eigentlich im Grunde wie die vom letzten Jahr aus, wie die erste Kollektion. Nur, dass sie hier jetzt bronzefarben ist und die erste Kollektion war halt golden gehalten. Und so sieht das aus. Und da ist jetzt auch ein riesen Spiegel mit dabei, was ich sehr gut finde. Und so sehen die Farben dann aus. Oh my gosh, sage ich euch nur. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich ja, oh nee, andersrum, mit dem Farbton hier geschminkt. Und diesem hier und dem braunen. Und das ist dann dabei rausgekommen. Ich finde den Look richtig schön geworden. Und ich muss sagen, die Mattentöne sind richtig pigmentiert. Sogar dieser helle Ton ist richtig stark pigmentiert. Und lassen sich super verblenden. Die Glitterfarben, ich habe jetzt bis jetzt nur mit dem Roten gearbeitet und mit diesem hier. Das ist aber wirklich eher ein Topper eher. Also wirklich, da gibt nicht viel Farbe. Hab den zuerst auf dem inneren Augenwinkel aufgetragen. Und da konnte man nicht viel sehen. Und dann habe ich einen anderen Farbton einfach genommen. Auf jeden Fall, die Palette kann ich jedem nur ans Herz legen, weil sie wirklich sehr vielseitig ist. Ihr könnt richtig dunkle Smoky-Looks schminken. Ah, jetzt ist irgendwie Spiegel geklebt, merke ich gerade. Ihr könnt richtig dunkle Smoky-Eyes schminken damit. Oder halt auch Alltagstöne mit den Mattentönen, mit diesem schönen Rotton oder mit dem Topper auch. Also je nachdem, wie ihr es aufbaut, könnt ihr damit wirklich einen sehr schönen Look schminken. Deswegen, die Qualität ist auch sehr gut. Also mir gefällt das wirklich. Und selbst wenn nicht, also die tut sich sehr gut auf meinem Schminktisch. Nein, aber ich bin froh natürlich, dass wenn man schon Geld bezahlt, dass man natürlich auch qualitativ was dafür bekommt. Und wie gesagt, ich habe diesen Look heute damit geschminkt. Ich hatte ja heute Morgen schon, dass sie aufgestanden sind, voll die Sprachprobleme. Oh Gott, ich komme jetzt schwitzen. Das ist voll warm mit den Lichtern hier. Aus der Kollektion habe ich mir noch zwei Lippenprodukte mitbestellt. Ein Liquid Lipstick und ein Lippenstift. Ich hätte gerne doch noch den Over-the-Top-Lipgloss mal hätte mitbestellen sollen. Den habe ich dann doch gelassen und jetzt ist er ausverkauft. Aber egal. Und zwar habe ich auf meinem Lippen eigentlich ursprünglich diese Farbe drauf gehabt. My Main. Das ist ein Liquid Velvet Lipstick. Velvet in dem Sinne, weil es wirklich eine neue Formulierung ist von Dose of Colors. Und fühlt sich super an auf den Lippen. Ist aber nicht kussfest, sag ich einfach mal. Wasserfass, kussfest. Wie die ganzen anderen Liquid Lipsticks. Deswegen ist sie auch so angenehm zu tragen auf den Lippen. Also man kann wirklich die Lippen dann zusammenpressen, drücken oder wie man möchte. Und das fühlt sich toll an. Aber mir war an sich für diesen Look jetzt einfach die Farbe ein bisschen zu warm. Und dementsprechend habe ich einen anderen Lippenstift drüber gegeben und noch einen Gloss. Und dann sieht es natürlich nicht mehr so aus, wie es aussehen sollte. Ja, ich zeige euch trotzdem die Farbe. So. Ein wirklich wunderschöner Neuton. Ziemlich warmer Unterton, sag ich einfach mal. Geht leicht ins Ose Peach Farben. Aber auf den Lippen sehr warm. Aber ich denke mal, selbst von ganz hellen Hauttönen, also Hauttypen, bis zu dunklen Hauttypen, können diese Farbe tragen. Für die etwas dunkleren Ladies oder Gentlemen, wird das dann eher so ein richtiger Neuton sein. Für die ganz hellen unter euch, ist das dann natürlich ein dunkler Neuton. Aber immer noch tragbar, weil er sieht auch an mir sehr schön aus. Nur hat er jetzt gerade zu diesem Augenlook einfach nicht gepasst. Deswegen habe ich da schnell was drüber gegeben. Und der zweite Lippenstift, den ich habe, ist ein klassischer Lipstick. Ich hoffe, ich schmier mich hier nicht gerade voll. Der nennt sich Hey Girl. Und die Verpackung ist immer noch gleich geblieben, wie bei der ersten Runde letztes Jahr. Was ich ganz toll finde, weil das sieht so schick und elegant einfach aus. Ich liebe diese Verpackung von Dose of Colors, also diese Kollektion von Desi und Katie. Und auch die Signatur, die sie hier hinterlassen haben, finde ich ganz toll. Das ist auch ein ganz toller Neuton. Also wirklich wunderbar. Solche Töne trage ich am liebsten. Und der ist aber halt viel rosiger, sage ich einfach mal. Heller, rosiger und vielleicht auch tragbarer für die unter euch, die einfach noch heller sind als ich. Und ja, vielleicht hätte ich den auch tragen können. Na, aber ich finde das schon ganz gut, was ich drauf habe. Riecht auch sehr angenehm. Wir bleiben mal bei Dose of Colors. Und zwar gab es von I love Sataini. Wie heißt die überhaupt? Ich kann ja lange nicht aussprechen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine YouTuberin, die auch eine Kollaboration mit Dose of Colors hatte. Und aus der Kollektion hat die mich bis jetzt eigentlich gar nicht so wirklich angesprochen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh ja, hätte ich doch mal ein paar andere Produkte noch aus der Kollektion bestellt. Soweit ich weiß, sind die Sachen aber noch bei Beauty Bay erhältlich. Ich hatte mir nämlich nur den Highlighter Soulmate bestellt. Und der ist echt, Leute, der ist wow. Der ist so butterig. Ich glaube, ich habe von der Konsistenz noch nie einen Highlighter gehabt, der so butterig sich einfach anfühlt. Und der ist wirklich sehr schön. Und ich finde die Verpackung auch wirklich sehr süß gemacht. Mit den ganzen Palmen und was soll es Palmen sein? Auf jeden Fall Pflanzen, die hier drauf sind. Es war sehr sommerlich gehalten. Und das ist die Farbe. Wie ihr sehen könnt, das ist ein richtig toller Champagnerton. Und Leute, der ist alter, der ist einfach mega pigmentiert und mega butterig. Oh, der blendet. Könnt ihr das sehen? Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn einfach. Lässt sich wirklich sehr schön einarbeiten in die Haut. Fühlt sich butterweich an. Einfach ein ganz toller Highlighter. Also das war es auch noch von Dose of Colors. Wir bleiben aber mal bei Highlighter. Weil ich glaube, das ist besser. Dann haben wir es gleich hinter uns. Und zwar einmal den Highlighter, den ich gerade drauf habe. Die Rede ist von zwei Becker-Highlightern. Und ich finde den, den ich gerade drauf habe, richtig, richtig schön. Weil er einen wunderschönen peachigen Unterton hat. Und er sich wunderbar mit den Blusher, die ich meistens immer benutze, zusammen harmoniert. Also das harmoniert einfach so toll miteinander. Also das gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, auch wenn man so ein bisschen heller wäre oder noch dunkler, ich glaube noch bronziger, sage ich einfach mal. Also wenn ihr sonnengeküsste Haut habt, dann sieht das dann bestimmt noch viel, viel besser aus. Auf jeden Fall gefällt mir dieser Highlighter richtig gut. Die Rede ist von dem Becker Passport-to-Glow-Highlighter. Den gab es nämlich bei der royalen Hochzeit von Prinz... Wie heißt denn der? Mich interessiert dieses ganze Tratsch und Klatsch eigentlich überhaupt nicht. Deswegen weiß ich überhaupt nicht. Warte mal, William ist der Ältere, ne? Ha! Prinz Harry hat ja geheiratet vor ein paar Monaten. Und da hatte Becker zum Anlass halt einfach diesen Highlighter rausgebracht gehabt. Und der war vor kurzem auf Kult Beauty nämlich reduziert. Und ich habe, glaube ich, dafür nur 19 Euro bezahlt. Und ich glaube, den gibt es immer noch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Und das ist gerade der, den ich drauf habe. Und wie seht ihr den? Ah, der ist wirklich toll. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin absoluter Highlighter-Junkie beziehungsweise Becker-Highlighter-Junkie. Ich habe fast alle Highlighter, glaube ich. Und würde euch eigentlich auch so interessieren, wenn ich euch meine ganzen Becker-Highlighter mal zeigen würde, inklusive der nächsten Farbe, die ich euch gleich zeigen werde. So sieht die Verpackung nämlich aus von diesem Royal to Glow Highlighter. Wie ihr sehen könnt, ist da eine Krone drauf abgebildet. Und das ist wirklich ein schöner Highlighter. Ein ganz toller, peachiger, goldiger Unterton. Ich trage den einfach mal. Hier ist der von Dose of Colors. Und ich trage ihn mal hier einfach auf. Seht ihr, der hat wirklich so einen starken, peachigen Unterton, wenn man den jetzt so Dose of Colors mit vergleicht. Aber wirklich, die Farbe ist wunderschön. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann im Sommer ein bisschen sonnengeküsster ist oder im Urlaub oder so, dass der so richtig toll ausschaut. Gerade, wenn man so peachy-farbene Blusher benutzt, wird das wirklich sehr gut miteinander harmonieren. Und am liebsten würde ich das ganze Gesicht voll machen damit. Na ja, kommen wir zum nächsten Highlighter. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den noch gekriegt habe, weil er so was von heftig gehypt wurde. Und alle wollten den haben. Ihr wisst wahrscheinlich schon, über welchen Highlighter ich spreche. Ich spreche. Und zwar von unserer Mutti. Die hat nämlich einen Highlighter rausgebracht. Die Rede ist von der Hatice Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Denn ich finde es Hammer, dass sie so eine Kollaboration als deutsche YouTuberin machen konnte. Und ich bin froh, dass ich den gekriegt habe. Schon alleine als Kollektor von Highlightern und Bäcker-Highlightern musste der einfach in meiner Sammlung sein. Und benutzt habe ich den noch gar nicht. Ich habe ihn noch einmal im Laden geswatcht. Und ich fand den Blaustich, diesen Blaustich schon sehr stark. Also man kann ihn schon sehen. Aber vielleicht ist es ja auf der Haut ja ganz anders. Und so sieht die Verpackung aus. Auch silbergehalten. Finde ich sehr schick. Und hier drin ist noch mal so eine Plastikfolie. Wie nennt man das eigentlich? So ein Plastikschutz hier drauf. Wo auch ihr Name draufsteht. Bäcker Hatice. Hatice. Hatice Schmidt. und das Brandenburger Tor. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja doch, so kann man es glaube ich ganz gut erkennen. Ist dort mit drauf abgebildet. Und die Farbe nennt sich Berlin Girl Glow. Ich finde den Namen richtig genial. Also wirklich gut ausgesucht. Und ja, das ist die Farbe. Und die swatche ich mal jetzt nochmal. Ich sag ja, der ist sehr kühl. Also ich liebe ja eigentlich meine ganzen warmen Highlighter. und das ist ein ziemlich kühler Highlighter. Aber warum nicht? Der kann bestimmt auch gut ausschauen. Also hier haben wir den ähm, ne Moment. Hier haben wir den äh, Dose of Colors ähm, Soulmate. Dann den ähm, Royal Glow von Beckham. Und hier mache ich jetzt den von Hatice. Man sieht in der Kamera eigentlich ganz gut, dass er schon wirklich sehr bläulich, sehr kühl ist. Ich werde ihn jetzt aber wirklich, sie nennt ihn ja Erwachsenen Glow, weil er ja eigentlich keine Schimmerglitterpartikel in dem Sinne hat. Also keine Glitterpartikel und auch nicht dieses, ähm, bis zum Mondglowen, sondern wirklich so für den Alltag geeignet ist und mehr so einen Wetlook-Effekt hat. Und ich muss sagen, ja, habt ihr recht. Wobei dieser hier von Dose of Colors auch wirklich einen Wetlook-Effekt hat. Aber der von Hatice, der ist dann halt doch wirklich so ein bisschen alltagstauglicher für all die unter euch, die natürlich nicht diesen heftigen Glow haben wollen. Man sieht den Blauschimmer aber trotzdem durch. Dadurch wirkt der Highlighter schon recht kühl, aber ein wunderschöner, unique Highlighter. Also wirklich einzigartig. So habe ich noch nie einen Highlighter gesehen. Wunderschön, gefällt mir sehr gut. Habe ich so, glaube ich, auch in meiner Sammlung noch gar nicht. Vor einiger Zeit ist ja von Urban Decay die Backtalk-Palette rausgekommen, die ich euch danach auf meinem Instagram-Account gezeigt habe. Nur ihr werdet es nicht glauben, die ist total in Vergessenheit geraten. Ich habe total vergessen, dass ich sie in die Palette gekauft habe. Und die ist unbenutzt. Die ist noch nagelneu. Und deswegen zeige ich sie euch auch jetzt in diesem Video. Denn ich denke mal, es interessiert trotzdem noch viele, auch wenn Urban Decay gerade wieder eine neue Palette rausgebracht hat, nämlich die Cherry-Palette. Ich reiße mich schon ziemlich zusammen, sie mir nicht zu holen. Ich weiß es nicht mal schauen. Habt ihr sie bekommen? Habt ihr sie gekauft? Erzählt mal, wie findet ihr die Cherry-Palette? Ich kann mir noch nicht so wirklich viel dazu sagen. Auf jeden Fall, die Backtalk-Palette hat mich interessiert, weil das eine 2 in 1 Palette ist, eine Eye & Face Palette. Und von den Farben her fand ich sie so schön, dass ich sie einfach haben musste. Beziehungsweise mein Freund hat sie mir dann geschenkt. Worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Die wird nämlich so aufgeklappt, und in der Mitte, wie ihr sehen könnt, ist nämlich ein Spiegel, den kann man nämlich herausnehmen. Was ich sehr praktisch finde, gerade wenn man auf Reisen ist, dann hat man auch einen schönen Spiegel, mit dem man seine Look schminken kann, der nicht an der Palette quasi fixiert ist. Also wie gesagt, man kann den Spiegel dann hier in der Mitte, der ist magnetisch nämlich, rausnehmen. Dann schaut das Ganze nämlich so aus, was ich voll cool finde. Ich zeige euch jetzt die Palette selber. Da oben sind die ganzen Face-Produkte und hier unten sind die Lidschatten farblich aufeinander abgestimmt. Alles so ein bisschen kühler, moviger gehalten. Rosé-Mov-Töne. Jetzt so für den Herbst finde ich das natürlich genial. Also es passt sehr gut in den Herbst rein. Es gibt gespaltene Meinungen über diese Palette. Also ich habe viele gesehen, die finden diese Palette ganz toll und viele haben sich darüber beschwert, dass sie nicht gut pigmentiert sei und dass es bessere Paletten auf dem Markt gibt und so. Klar, es gibt immer wieder bessere als schlechtere oder schlechtere als bessere Paletten. Aber ich weiß nicht, wenn die Paletten schön sind, dann warum nicht? Dann ist halt eben ein paar Farben nicht so gut pigmentiert. Auf jeden Fall, das sind hier halt die Rouges. Was mir sehr gut gefällt, ist dieser, oh ja, dieser schöne, kühle Mauve-Ton. Finde ich sehr schön jetzt so für den Herbst. Und jetzt gehen wir auch mal in ein paar Glidschattenfarben, einmal so einen schimmernden. Also das ist schon mal sehr gut pigmentiert. Also ich zeige euch das mal hier. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Und dann gehen wir mal in diesen rosa Mauve-Ton. Mal gucken, wie der pigmentiert ist. Joa, aufbaubar, sage ich einfach mal. Ist jetzt nicht fleckig geworden, aber nicht so stark pigmentiert. Was aber auch nicht schlimm ist, damit kann man viel besser arbeiten. Also man kann das viel besser in die Haut arbeiten, finde ich. Auf jeden Fall so schaut dann die Palette aus. Da sind zwei schimmernde Rouges mit dabei und zwei satinierte Rouges. Und dann hier die Farben für die Augen. Gefällt mir sehr gut, diese Palette. Ich freue mich schon damit, Luxe schminken. Gerade so für den Herbst, diese etwas kühleren, movigeren Töne. Was ich mir auch gegönnt habe, ist von Charlotte Tilbury die berühmt-berüchtigte 5-Star- und Bronze-Glow-Palette. Also Leute, also gefühlt habe ich das, also ich fühle wirklich so, als wäre jedes zweite Video auf YouTube ein Charlotte Tilbury-Video. Oder es heißt Top 5 oder meine liebsten Produkte von Charlotte Tilbury und so weiter. Irgendwie wird diese Marke momentan so in den Himmel gelobt, gehypt, was auch immer. Ich muss sagen, die haben wirklich tolle Produkte. Ich komme auch langsam so auf den Zug, muss ich sagen. Denn ich habe auch schon ein paar Sachen gekauft, die ich auf jeden Fall gerne benutze. Und ein paar Sachen stehen auf meiner Liste, die ich gerne haben möchte, die leider immer wieder ausverkauft sind. Das gute Stück hier. Darauf bin ich am Meer gespannt, wie das Produkt dann an sich ist. Ich habe hier dieses Airbrush Powder, was mir sehr gut gefällt. Ich benutze das sehr gerne unter meinen Augen. Das macht wirklich so ein schönes Flawless Finish. Oder an meinen hellen Kundinnen habe ich das auch natürlich benutzt, um ihr Make-up dann zu setten, was mir sehr gut gefiel. Die Verpackung ist wirklich sehr schön. Man klappt das so auf, dann hat man das Produkt dann quasi so. Eine sehr schöne Umverpackung war das und eine sehr schöne Verpackung. Hier muss ich sagen, sind so tollen Rosé-Goldgehalten. Sieht natürlich sehr luxuriös aus. Sollte es auch für den Preis sein, sagen wir mal. Ein schöner großer Spiegel ist mit dabei. Ich will euch jetzt nicht blenden. Wir haben hier einmal den Bronzer Konturton. Ich würde eher Kontur sagen, weil ich glaube, der ist aschig. Und einmal den Highlighter. Der soll ja richtig schön sein. Und als ich den angeguckt habe, dachte ich nur so, der sieht so hell aus von der Konturfarbe, als ob mir das dann auch wirklich passen würde. Aber ich sehe immer wieder so in YouTube-Videos und so, dass Mädels oder Jungs, die halt auch dunkler als ich sind, diese Farbe benutzen. Und das funktioniert perfekt. Da habe ich mir gedacht, okay, der dunkle Ton ist viel zu dunkel neben uns, den hellen. Benutzt habe ich den noch nicht. Bin mega gespannt, wie das ist. Und mir ist in meiner Sammlung aufgefallen, dass ich vor kurzem mir mal was geholt habe, was super dupe dazu ist. Und ich muss das mal gegenswatchen und gucken, ob das im Dupe dafür ist. Und ansonsten, wenn es euch interessiert oder so, könnte ich ja auch mal so ein Dupe-Video machen. Ich weiß es ja nicht, so High-End, also Drogerie-Dupes, so High-End-Dupes. Wenn euch das interessiert, ihr könnt es ja unten in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, es ist der Bronze & Glow, das ist die Bronze & Glow-Palette. Und ich bin sehr gespannt, sie zu benutzen. Ich will da jetzt nicht reinlitschen, weil ihr würdet sowieso nicht viel erkennen über die Kamera. Ja, was habe ich mir denn noch gegönnt? Ach ja, bei Kult Beauty war noch mal was reduziert, was ich schon länger haben wollte. Ich weiß, es ist schon irgendwie verschwunden in den meisten Videos, sieht man das auch gar nicht mehr. Allerdings, mich hat es trotzdem noch weiterhin interessiert, weil es auch sehr gute Bewertungen hatte bis jetzt immer und gute Reviews. Da dachte ich so, okay, wenn es reduziert ist, nehme ich das einfach mal mit. Die Rede ist von der Skinny-Dip-Palette von Joui Cosmetics. Oho, das blendet gerade zu stark. Das ist so eine Ultra-Foi-Schimmer-Palette. Also wirklich Ultra-Ultra. Ich habe auch schon damit gearbeitet, ich habe auch schon Kunden damit geschminkt und lässt sich super damit arbeiten. Also wirklich super stark pigmentiert. Richtig tolle Folien-Effekt-Farben. So sieht die Verpackung aus. Skinny-Dip. Und hier ist auch wieder ein schöner großer Spiegel mit dabei. Immer toll, wenn ein Spiegel mit dabei ist. Und das sind die Farben einfach toll. Also wirklich mit diesen Farben kann man viel anfangen. Also so ein ganz helles Silber, Rosé, Champagner, Gold, Taube und so ein Bronzeton. Also wirklich tolle Farben. Und ich swatche sie mal, damit ihr sehen könnt. Ihr könnt sie so auftragen, entweder mit den Fingern oder mit dem Pinsel. Ich habe es meistens mal mit dem Finger gemacht oder mein Finger, äh, mein Finger, aber schon mein Pinsel angefeuchtet und ist dann aufgetragen. Ähm, wo trage ich das denn jetzt hier auf? Ich glaube hier. Na, also man erkennt das schon wirklich sehr gut. Extrem, ähm, ein Wet-Effekt, extremer Folien-Effekt. Also wirklich sehr schöne Palette. Und zu dem Preis, ich glaube, ich weiß gar nicht, glaube ich um die Hälfte produziert, oder so halb ich sie ihn kauft. Und da kann man ihr nichts falsch machen. Palette gibt es immer noch auf Cold Beauty zu kaufen. Ähm, wenn ihr so auf diesem Folien-Effekt steht oder so wet, diesen Wet-Look und ihr möchtet einfach Looks schminken, die ein bisschen intensiver rüberkommen, ist diese Palette wunderbar dafür geeignet. Und wenn wir schon bei Cold Beauty sind, beziehungsweise bei solchen Schimmer-Looks, gab es noch was reduziert. Und zwar, ähm, gab es diese zwei Liquid, ähm, Glitter-Eyeshadows im Doppelpack von Pixi. Ich glaube, ich habe, ähm, also ich habe zum Preis von einem, zwei Stück gekriegt. Also das war wirklich gut. Ich muss vorzuschlagen. Zuerst dachte ich, ich gucke nicht richtig oder irgendwie, das sind Mini-Formate oder so. Das sind Originalgrößen gewesen. Und ich habe, glaube ich, 18 Euro für zwei Stück bezahlt, wobei nur einer, glaube ich, 18 Euro kostet. Und das auch noch in so tollen Farben. Und zwar in der Farbe Rose Gold und, äh, Bare Brilliance richtig tolle, schöne Farben sind. Das sind so einen schönen Rosé-Gold und in so einem Bronze-Ton. Und ich merke gerade, ich spiegel ja das Bild von meiner Kamera auf meinem Laptop, wenn ich ungefähr sehe, dass ich immer ein Bild bin und so. Und auf meinem Laptop ist das Spiegel verkehrt. Und, ach, ich zeige immer auf die falsche Farbe, wenn ich irgendwas erkläre. Also sorry schon mal dafür. Ich zeige euch auch schon mal die Farben. Das ist wirklich toll. Ich habe aber noch nicht damit gearbeitet. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie die sind. Also mich erinnern sie stark an die Stila Metal Glow und Glitter Schimmer. Wie die auch alle heißen, ich weiß es nicht. Die ich sehr liebe. und, oh ja, oh, 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 ja. Das ist jetzt der Rose-Gold-Ton. Wirklich sehr schöne Farbe. Ja, doch, ist gut pigmentiert. Ist aber so ein bisschen krümelig, sehe ich gerade. Müssen wir mal gucken, wie man das beim Auftrag dann macht. Aber die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Und die andere Farbe ist bei Brilliant. Das ist ein schöner Bronzer-Ton. Der erinnert mich so von der Farbe ein bisschen an, wie heißt denn, da gibt es auch so eine Farbe bei Stila. Oh, der ist hammer pigmentiert sogar. Also der macht keine Schlieren oder man hat keine Stellen, wo nichts pigmentiert ist oder so. Also der ist richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich natürlich auf dem Auge tun, denn jetzt so auf dem Handrücken ist natürlich immer was anderes als auf dem Auge. Aber die Farben, die sind so mass. Die sprechen nicht voll an. So, weh, bin ich voll aus der Übung. Was das ganze Gequatsch angeht. So, ich hab hier noch einige stehen. Und zwar hab ich eine Anastasia Beverly Hills Palette. Und nein, das ist nicht die neue, wie heißt die denn, die neue Soul Tree Palette. Die sind mit dem ganzen Glitzer drauf. Das ist sie nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie mir hole. Das ist die Palette, die es davor gab. Und zwar die Noorina Palette. Die ist so schön. Ich weiß, ich hab sie euch in meiner Insta-Story gezeigt. Falls ihr mich nicht auf Instagram folgt, tut das auf jeden Fall. Und ich wollte sie euch. Ich wurde gerade von meiner Kamera unterbrochen. Weiß nicht warum. Und ich habe in letzter Zeit so einen bösen, trockenen Husten. Oh mein Gott, wenn ich den Anfall jetzt kriege, war es das. Entschuldigt mich. So, was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich die Palette vergessen hab. Ich hab sie einfach vergessen. Ich hab die Schublade getan. Und schwupps war sie weg aus meinen Gedanken. Das könnt ihr sogar sehen, weil sie noch unbenutzt ist. Sie ist noch nagelneu. Leider kommen so viele Sachen von mir in Vergessenheit. Und ich weiß auch nicht warum. Ist sicher daran, dass man einfach zu viel Zweig hat, denke ich. Ja, auf jeden Fall, sie ist in Vergessenheit geraten. Und hier ist sie wieder aufgetaucht. Und ich finde sie wunderschön. Ich hab mir aber schon ganz viele Videos dazu angeguckt. Und ich muss sagen, ach, sie hat wieder stark Cakeback, ne? Ist aber nicht schlimm. Damit komme ich zurecht. Ich weiß, wie man damit arbeitet. Und ich freu mich schon damit, Looks zu schminken. Die ist wirklich sehr originell. Die Farben sind einfach nur wunderschön da drin. Ja, das war die Palette, die ich euch zeigen wollte. Ich swatch das jetzt nicht. Da gibt es, glaube ich, Unmengen an anderen Videos. Ihr könnt ja dazu schreiben, falls ihr den Look dazu sehen möchtet. Allgemein könnt ihr mir ja zu den Produkten, die ich euch gezeigt habe, in den Kommentaren einfach reinschreiben, ob ihr ein Reveal sehen wollt, ob ihr einen First Pression sehen wollt, falls ihr oder einen Look dazu geschminkt sehen wollt. Wie dem auch sei, schreibt es da unten rein. Kommuniziert bitte ein bisschen mehr mit mir. So, zu guter Letzt habe ich noch zwei Huda Beauty Produkte hier, die eigentlich relativ neu sind. Die Rede ist von den, ähm, wie heißen die eigentlich? Auf jeden Fall sind sie nach Diamanten, Kristallen benannt. Und es gibt mehrere Farben und ich habe jetzt hier raus mir einfach zwei bestellt. Ich hätte gerne auch noch den Lila einen. Bei Blau und Grün bin ich mir nicht so sicher, weil ich so ungern mit Grau, äh, Grün und Blau arbeite. Ähm, beziehungsweise an mir selbst. Ich schmink mich ungern mit diesen Farben. Also eher lieber mit Blau als mit Grün. Und daher habe ich erstmal die, ähm, Topaz Obsession Palette genommen. Das sind alles so, ähm, wie der Name schon sagt, Topaz. Also alles so, äh, Kupfer, Orange, Töne. Und das ist eine richtig coole Palette. Oh, ich liebe allgemein diese kleinen Mini-Huda Paletten. Auch wenn ich mit manchen meine Strottles habe, aber, ähm, die sind einfach so kompakt und so toll. Und man kann sie immer überall mitnehmen. Und man hat so viele Farbmöglichkeiten dann und immer welche, so viele Looks damit zu schminken. Und das ist hier auch der Fall. Und auch gerade dieser gelbe Ocker-Ton, der ist echt toll. Also, ach, das spricht mich so richtig an. Und auch die ganzen anderen Mattentöne. Und, ach, einfach toll. Diese Palette sieht so toll aus. Ich hoffe, sie ist auch ein bisschen besser, nicht so pudrig wie die anderen. Wenn wir noch sehen. Und dann habe ich einmal Ruby Obsession, wie der Rubin-Rote-Diamant es schon vorne zeigt. Oh, toll. Guckt euch das mal an, ey. Oh mein Gott, diese Palette. Ein Traum. Ein Traum. Ach, die spricht mich richtig an. Und die würde eigentlich auch passen gut zu meinem Look, den ich heute geschminkt habe. Theoretisch hätte ich den auch fast damit schminken können. Also, ne, so könnte man sagen. Ein Typ zu den Farben von der Francation. Denn man könnte den Ton und den Ton und den Ton und den Ton nehmen. Und dann hat man fast denselben Look, den ich heute drauf habe. und eine ganz tolle Palette. Ich bin ja mal gespannt. Gut, dass die nicht so teuer sind, so dass man sie sich auch einfach so mal kaufen kann, ohne dass man jetzt so wie bei bei der Anesthesia darüber zweimal nachdenken muss, ob man sie haben will. Weil die Sultry-Palette, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie haben will. Auch wenn sie ganz toll ausschaut und ich ein absoluter Collector bin. Mal schauen. Habt ihr sie? Sonst schreibt mal unten in die Infobox, wenn ihr sie und Infobox in die Kommentare, ob ihr sie habt und ob sie ihr mir empfehlen könnt. Ja, das war es jetzt von meinem High-End-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich habe euch nicht so dolle angefixt mit den Produkten und ich weiß gar nicht mehr, wie so ein klassischer Haul eigentlich funktioniert. Ich habe gemerkt, ich bin so unruhig gewesen und die Swatchers habe ich auch nicht wirklich kennengelernt und guckt euch nochmal diesen Arm an bzw. diese Hand an. Das gloat mal richtig. Ich glaube, dieses Video ist sowieso ellenlang geworden. Oh mein Gott, ich muss es jetzt auch schon schneiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr bleibt mir treu und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.